So Leute, da sind wir wieder und jetzt nur ganz kurz, weil wir dann sagen, ja, ich hab keinen Bock mehr. Ich muss mal gucken, woran das liegt, der mir das anzeigt, das gucke ich mal nach. Keine Panik, sonst die wird noch weitergehen, das werde ich jetzt nicht deswegen beenden. Und, ähm, ja, aber Florian und ich haben dann so gesagt, ja, nee, da haben wir jetzt keinen Bock drauf. Spielen wir einfach nur so ein bisschen weiter. Und, ähm, ja, dann werdet ihr mal sehen, was sich so verändert hat. Und, auf jeden Fall sagen wir dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wir würden uns auf eine Bewertung freuen, also Daumen hoch und Kommentare und so. Und, ja, willst du noch irgendwas ankündigen, sagen, sprechen? Ja gut, dann, ähm, bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau. Tschüss. Hey Leute und willkommen zur allerletzten Folge von SimCity mit mir und dem Flory. Genau. Und, äh, ja, der Flory ist diesmal bei mir gerade, weil halt diese letzte Folge... Weil... 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 Weil wir halt zusammen mit dir, äh, euch das mitteilen wollten. Genau, ich mach hier nur noch nebenbei mach ich hier noch ein paar Sachen, so. Wie ist das? Und, ähm, ja, also, das war's von SimCity, weil wir einfach, ähm, keinen Bock mehr haben, weil... Es läuft jetzt, äh, von mir auch schon seit Ende April, glaub ich. Und, äh, ja, ich, äh, einsam ist noch ein bisschen Zeit, äh, für was Neues. Und, äh, die Minecraft Season 2, wo ich dann auch dabei bin. Also, die... Also, erstmal müssen wir noch die Season 1 abschließen. Und, ähm, genau, wenn... Also, das wird, denk ich mal, so... Äh, wo ist denn das verlassene Gebäude hier? Keine Ahnung. Äh, die wird... Achso. Ähm, und die wird, äh, also, die Season 1, die wird, denk ich mal, so, ähm, ähm, äh, äh, also, noch ungefähr 6 Stunden. 6 Stunden? Ja. Ja, dann, äh... So, Anfang, Mitte November, schätze ich, wird die Season 1 zu Ende sein. Ja? Letztierend. Ja, ich mach jetzt richtig, richtig... Richtig... Ja, mach ich das so richtig, ne? Und, ähm, dann, äh... Klicken wir die Season 2 im Voraus aus. Äh, ja, also, da braucht ihr nie wieder Probleme zu haben, dass kein Video kommt, weil wir nehmen einfach weit im Voraus auf, laden dann auch schon direkt hoch und, ähm... Ja, also, wahrscheinlich, ziemlich wahrscheinlich, das Spielabteilung oder, äh, auch cool, ja, wegen der Kirche. Spielabteilung oder Unterhaltungsabteilung oder Unterhaltungsprogramm anbieten. Wenn ich, äh, spüren wir den, muss ich noch mehr Platz bieten und mehr Geld. Spielabteilung oder Unterhaltung hast du schon. Äh, warte mal. Spielabteilung? Spielabteilung? Ja, okay. In der letzten Folge. Wenn wir Leistung hätten, dann, äh... Zack. Erstmal schön so'n schräges Gebäude. Aber ich glaub, das muss schräg, ne? Ja, muss schräg. Ja, schön, schön... Hier, das Casino find ich geil. Erstmal ran so. Scheiße. die hat ewig gedauert bis sie so funktioniert wie sie jetzt funktioniert schildkröfte okay lol wie sie von überall kommen wow was war das denn da ja lass mich mal überlegen ich hab keine ahnung mehr was denn hä ach so meinst du die weine rpg ach so genau vielleicht minecraft die weine rpg wenn ihr darauf bock habt warum wird es auf einmal nacht egal wenn ihr darauf bock habt könnt ihr das einfach mal in die kommentare schreiben was die weine rpg ist jodo straßenbahn habe ich schon was die weine rpg ist könnt ihr euch ja mal angucken also das ist so mit so ganz vielen neuen monzen und waffen und röstung und so und ja wenn ihr darauf bock habt als übergang dann schreibt das doch einfach mal in die kommentare und ähm ja adventure maps könnt ihr auch mal in die kommentare schreiben wird aber wahrscheinlich eigentlich sicher ähm ja kommen und und ja was hatten wir sonst noch so geplant ja wir hatten ähm wir hatten ähm wie schon versprochen die ähm Ebpo 2 das ist bonded jetzt steff 2 estaff 2 und wenn ihr dahinter dass mich ein statt einer naja auf jeden fall Nein, nochmal Ja, vor allem Das war die letzte Folge von SuCity Ach, lass ein Livestream machen, YOLO Ähm, warte mal Ich glaube, ich hab doch gerade Kohle Ja, hab ich YOLO Ich hab eh genug Geld Ich hab globale Kohle So, natürlich hier einen sauberen Kohlegenerator Wenn wir schon haben Ja, nö, das ist einfach nur so Guck dir mal dieses Casino an Guck mal, wie viele Menschen Hier Ne, jetzt ist hier nicht mehr so Ein paar Taxis Taxi, Taxi Ja, ich halt Guck mal hier Junge, das ist alles höchste Straße Ja, woher soll ich das denn wissen? Ja, dann hält die Knappe Wenn du mit dem 20.000 Die quasi nicht Das ist auch nicht das ist Das ist hier mit Straßenbahn, Junge Das muss man wissen Ja, wer viel Gewinn macht das? 131.000 hier im Tag Und das 176.000 Und das 192.000 Ja, pro Stunde Und das pro Stunde 46.000 40.000 43.000 23.000 48.000 1, 2, 3 Achso, das hab ich vergessen 84 1, 2, 3, 4 Äh, 5 6 7 Ach, ich glaub 9 Ach, hier hab ich doch Achso, hier ist der Hafen Okay Ne, irgendwie Alter, guck mal wie voll das einfach nur ist Ich kann dagegen auch nichts machen So, ich würd sagen Hier machen wir nochmal Also was, äh, also kommen wir wieder zu, äh, zu, zu, äh, zu den Sachen, die wir sagen wollten Ja Wir hören ganz auf Tobi Ähm Ja, Tobi, du hast grad nicht zuhört, du holst jetzt die Klappe Ja, Tobi, du hast uns jetzt schon wieder voll rausgebracht, Alter Verpiss dich, Junge Ähm Krass, du holst jetzt die Klappe So, was, wo waren wir denn überhaupt jetzt? Äh, wir haben gerade noch über die Ach, genau Ja Ähm, also Kübord Staffel 2 Junge, shut up, ey Nein, ihr shut up Uh Raus Tobi Oder ich schließe dich aus dem Markt und schließe 2 So, erstmal hier damit keine, keine Lautstärke mehr ist So, ähm, also Bei, äh, Kübord Staffel 2 Wann kommt die ungefähr Ach so, mit 9 Minuten? Nein, früher, etwas früher, 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 ja Sonst haben wir jetzt wieder zu viel Ähm Haben wir schon gesagt Ähm Ach, guck mal hier, selbst auf der Autobahn staut sich, oder? Die geht doch hier hin, oder? Ne, das ist eine andere Ne, auch ein Burkils Welche Stadt ist das? Ach, das ist Floris, oder? Ne, das ist meine Erzstadt Ich glaube, wir besuchen jetzt mal Floris Stadt Oh, lol, was ist denn da passiert? Brennt das? Nö, egal Nein, das sind Abgasen Braucht Kohle Erstmal in Ruhrgebiet rein Danach besuchen wir deine Stadt Ne Hab ich nicht gesagt Doch So, also, lass uns mal weiterreden Ähm Weitere Projektor Ja, also Assassin's Creed 4 Wahrscheinlich, oder? Sicher Okay, Tobi Ähm Ja, also Also, also Also, Tobi macht das Ähm Und Floris zusammen Ähm, und Floris vielleicht Keine Ahnung, weiß ich noch nicht Also, auf jeden Fall Gemacht wird es wahrscheinlich Wahrscheinlich auf jeden Fall Cool Okay, ähm Was, äh Braucht man sonst noch zu wissen? Gut, SimCity ist zu Ende Weil wir einfach keinen Bock mehr drauf haben mittlerweile Dragensack ist zu Ende Ja Ähm Nein, PC ist kaputt Und, ähm Tobi ist halt um die Festplatte rauszubauen Äh, nein, bitte Ich habe das noch nicht gebraucht Ich weiß noch nicht, ob ich die wieder herstellen kann Oder so scheiße Guck mal, ich finde das voll krass Ja, und, ähm Also, wir holen uns auf jeden Fall jetzt alle Alle, alle drei in neuem PC Wahrscheinlich alle Ja, wahrscheinlich Ja, das tut mal gut ist Was ist mit der Straßenkarte? Sorry, wir würden sehr langfahren und dann so Vollgas geben und dann da runterfallen Vollglut Was habe ich, was habe ich mir dabei gedacht? Die gehen auf die Brücke Nein, das, das hatte ich glaube ich vor Aber es hat nicht ganz funktioniert Nein Nein, das war so ein hochentwickeltes Aber das ist auch noch ein hochentwickeltes Wegen der Universität Was steht da oben? Ich habe nur ein wenig im Garten umgegraben auf Nein, ich schieße jetzt noch ein schwarzes, klebriges Zeug aus dem Boden Ich glaube, das ist Öl Heike Straße hab ich nicht So, erstmal Äh, erstmal Kurven hier Boah, direkt wieder so ein hochentwickeltes Bauern niederhin Nein, die Kreuzung ist auf dieser Straße nicht möglich Tobi, verarsch mich nicht Das Gebäude soll ja größ, groß werden Ich muss das da weg machen Keine Ahnung Ich habe immer noch nicht kapiert, was das da steht So, warte, jetzt, jetzt kommt es Nimm, 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 nimm Halt dein Maul, Tobi Boah, Junge, du sollst da gerade Ähm, ja Gut Was soll ich denn jetzt hier noch machen? Ich will noch irgendwas Produktives in der letzten Folge machen Und keine Katastrophen, die irgendwo hinsetzen Ja, okay, vielleicht in Floristadt Ja, mach das mal, mach das mal Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert Einfach mal ausprobieren Ja, vielleicht Ach nein, ich habe die Atomstadt nie fertiggestellt Ja, ich wollte so eine Atomstadt machen Ich wollte so eine Atomstadt machen Das war ein Chrissy Ähm, zeig mal Wo wird gebaut? Das ist mein Ah ja, oder? Ja, egal Ich würde jetzt Alter Ja, hier, ne Aber Florian sieht Was ist das? Achso, trümmern Ich dachte schon Bodenverschmutzung Okay, ich würde sagen Wir erlösen diese hier mal von ihrem Achso, das sind nur Industriegebäude Ne, dann erlösen wir erstmal die hier Hier lebt es sich nicht gerade gesund Äh, wo ist die Katastrophe? Ich glaube, ich kann keine Katastrophe Na, muss ich doch gar nicht Warum kann ich überhaupt bei dir Warum soll ich bei dir was bauen? Äh, kann ich nicht Hier war da eben Nein, das ist Was ist das überhaupt? Alle Datenkarten Ich gehe nochmal kurz zu Hause Warte mal Hä? What? Ja Erstmal Norwegisch Boah, ich will das aber Wozu sind Katastrophengut sonst? Wenn man nicht andere Spiele damit trollen kann Nein, kann man nicht Hast du noch gerade gesehen? Äh Cool So Leute, da sind wir wieder Und, ähm Ja Ja, langsam wird es Zeit Ja, also es Ja Nein, ich mach die nicht Fick dich Ich glaube Ich glaube Ich glaube Nein Ich kann ihm doch keine Katastrophe schenken Mach der Fall Kommt da einfach Wenn das jetzt geht Guckt man so ins Geschenk Oh, da kommt der Rügelsturm auf Nein, oder Also ich Ich würde sagen Ja, okay Vielleicht hier auf die Atomstadt Ja In der noch Die heißt Goal eben Aber da ist noch gar kein Atom Ich hab Ich hab schon alles darauf vorbereitet Ja, ich hab Ich hab schon eine riesen Pumpanlage Pumpanlage Weil Atomkraftwerk braucht halt richtig viel Wasser Wegen den Wegen den Ja, wie heißt es jetzt gleich Wegen den Nein, Stäben Ja Nein, nicht kühler Stäbe Atomstäbe Ähm, wisst ihr Bescheid So, ähm Boah, irgendwie tut mir das leid Also diese ganzen unschuldigen Bewohner Ja, voll geil, oder? Ich, ich, es tut mir aber so leid Sie tun mir so leid Puckst du No Wasser Alter, wie der abgeht Das ist richtig, richtig laut gewesen Der ste... Warum? Hä? Warum hat den 17.16.0 Goal eben davon gewählt? Geh, Gehr Achso, okay Alles klar Jetzt, ähm Mitteln Auch noch einen kleinen Teil Mann, da bist du... Aber es... Aber es... Aber es tut mir so leid für die armen Bewohner Es tut mir so leid Es ist doch schon geschehen Ja, ich bin... Alter Was... Was war mit den Häusern Das ist doch ein bisschen verklapp Ja, ich bin so... Ich bin so verklapp Ja, ich bin so... Ich bin so verklapp Ja, ich bin so verklapp Ja, ich bin so verklapp Ja, ich bin so verklapp Jetzt rieb nichts Okay, ich setz die Hälte Ja, wegen... Ich glaub, die guckt den Biträder zu Ja, wegen... Ich glaub, die guckt den Biträder zu Nein! Nein! Oh, das kriegst du nicht kaputt Nur die Biträder Piss! Nein, fängst nicht! Nu! Boah, Jun! Guck mal, wie... Alter! Na, ich bleibe da die ganze Zeit stehen Okay Macht ihr das? Yo! Erstmal voll richtige Schreie höre ich hier gerade Boah! Nein! Bleib stehen! Nein! Das... Hallo, das ist Rottenschutzpreis 3 Nein! Hallo! Ey! Feuerwehr! Ja! Haha! Nein! Hallo! Hallo! Na, wo geht's dir? Alles gut bei dir? Alles gut bei dir? Nein! 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 Warum so hoch? Nein! Nein! Das Auto! Der ist einfach durchs Feuer durchgefahren Ja, es geht nur eine Katastrophe gleichzeitig. Ja, guck. Guck. Boah, ich mach mal Geparden-Tempo. Ja. Nein! Junge, was tut die da? Alter! Junge, was ist aber gut. Alter! Okay, sie verklebt sich. Okay. Aber mach wieder ein normales. Auf den, nein, mit diesen komischen Colosseum. Nein, da kommt gleich ein Wirbelsturm hin. Alter, das ist so ein reiches Viertel. YOLO! Jetzt achten wir auf das Epizent, oder? Wie die Menschen in den Park rennen. Guck mal! Wie die Menschen in den Park rennen. Boah. Viele unter Allzahme beschäftigen, zum Beispiel. LOL, wie das einfach mal stehen bleibt und alle kaputt gehen. Warum sind immer 17 Sims tot? Aber guck mal, ich verstehe es nicht. Hallo? Oh, minus 20 Sims. Ich verstehe es nicht. Ich habe es genau hier drauf gesetzt. Alle da rum. Jetzt noch mal ein Ton ab. Ja, ich bin genau da drauf. Okay. Oh, direkt. Also, ich bin genau da drauf. Ich bin doch bitte... ... ... Da kam auch so rücklafen. Boah! Noll! Ende. Na okay, was machen wir denn hier? Hier sind Industriegebiete. Jetzt wird jetzt richtig laut. Haltet euch hier auf. Siebzehn Opfer, oh! Ich glaube, siebzehn ist eine komische Zahl hier. Ja, ich war vorbein. Drehen Sie die Gase aus und drücken Sie kein Wasser. Da sind die Gase aus. Vorhine Finanzkrise. Oh, das ist ja nicht weg. Wenn Sie schon mal ja leid sind. Wenn Sie schon mal leid sind. Einfach mal weiterfahren, ne? Warum stehen bleiben? Was ist da? Ja, nein, nein, nein. Ja, nein, 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 nein. Gefahr, das ist so. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Aua! Die hatte wohl keine Höhe mehr. Alter, wie alles brennt. Was ist das? Nein, das ist das. LOLL! Hat jetzt nicht der Beispiel verflückt? Naja. Was ist das denn? Was ist das? Ich würde sagen, wir kaufen uns das erdwebensichere Haus. Wir kommen daraus jetzt nochmal ein Meteoriten drauf. Ja, okay. Wir kommen nur da drauf. Stopp, stopp. Du musst das Tempo noch ändern. Oh, ich glaub, die Stadt ist unzufrieden. Warte, wir gucken uns das Ganze von hier an. Da sieht man in der Mitte, wenn wir hier kommen. So, auf irgendwelchen Garten an. Da. Ich dachte, die Stadt ist doch nicht da. Erstmal noch hier. Wann machen wir hier noch? Ja, Tonner. Tonner. Komm nicht direkt drauf. Ja. Ja. Wie geht das? Also. Also, das war noch was. Alles. 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 Oh ho ho. Oh ho ho. Ich glaube, das war meine Grundschule. Ja, weil die Grundschule kaputt ist, weil die hat gekostet. Ja, warte. Warte, warte, was ist das? Die Feuerwehr? Ach, lass mal die Feuerwehr. Ja, wollte ich auch sagen. Oh, mach mal ganz. Oh, mach mal ganz. Oh, mach mal ganz. Das war ja auch das Gefühl. Ey, das wurde lustig, dass es nochmal machen. Wir haben einen Tag der Stadt, wo die ganzen Typen... Ich glaube, die Stadt will keiner mehr rein. Da, der Lauf. Erstmal ganz, ganz langsam. Nein, wo warst du nicht? Oh, sie rennen alle, nein! Die haben so schnell die Schlagzeiten. Aber die rennen aber nicht überschritten. Ja, komm mal. Ey, das klingt so nicht. Doch. Boah! Ja, ne, mein Haus ist nicht betroffen. Es ist nur... Nein, geht nicht. Nur hier so. Ja, ich wollte eigentlich hier. Ja. Laternen sind widerstandsfähig. Oh, ich glaube, die Pupanlage hat doch gar nichts abgekriegt. Tornado. Tornado oder Metic? Näh. Ja Leute, mit diesen schönen Bildern... Verabsch... Die Pumpstation verbraucht noch 10 Simoleons. Na ja, dann sagen wir. Tschüss, bis zum nächsten Projekt. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Scheiße, das Teil hat überlebt. Weißt du gar nicht. Nein. Psch, Junge. Ich hoffe, du hast noch keine einzige Folge gesehen. Tobi, jetzt hör mal bitte auf, Alter. Junge, ich will doch... Achso, ich kann gar nichts mehr machen, weil ich pleite bin. Okay. Ja, dann... Dann verabschieden wir uns und danken den Zuschauern, die regelmäßig... Halt doch jetzt mal den Maul! Ich und Flori haben das Projekt gemacht. Und bedanken uns an... Bedanken uns bei den Zuschauern, die regelmäßig eingeschaltet haben. Und, ähm... Bei mir für meine Taten... Halt dein Maul! Und, ähm... Würdest du noch etwas sagen, Flo? Ja. Ja, wenn ihr bei den anderen Projekten reinschauen wollt, könnt ihr gerne machen... In der Season 2 werden wir uns trollen. Ja, ich hab's noch geschafft! Geht das noch? Nein, ich glaub, es geht nicht mehr. Naja, geil. Ähm... Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen und der Flori bestimmt auch. Und, äh... Ja, über eine Bewertung für das ganze Projekt würde ich mich in den Kommentaren freuen. Und für diese Folge, wenn euch sowas gefällt, haut das, äh... Zeigt das mit einer schönen Bewertung und auch in den Kommentaren. Ja, dann, Tobi und Schaub, wenn du diesen 2, ey, 7, 1, Minecraft auch mal machen. Ein bisschen umspringen, ne, mit dir und die Kanon. Ja, wenn euch dann... Wenn denen sowas gefällt, weißt du? Ah! Und, ähm... Ja, ja, ne... So was würde ich auch mittendrin in meiner Stadt machen. Und, ähm, ja, deswegen... Des... Ach, komm, wird es noch zerstört? Nein, wird es nicht. Deswegen bedanke ich mich, äh, fürs Zuschauen, für das ganze Projekt. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber am Ende wurde es auch ein bisschen langweilig, weil immer das gleiche halt, ne, Simulation halt. Und, ähm, ja, deswegen guckt auch mal bei unseren anderen Projekten rein, wie FIFA, Minecraft und Co. und halt Maul und Maul und Fresse und, ähm, ja, dann beenden wir jetzt und... Fick dich! Und dann, äh, Tobi, gib mal den Ballon her. Gib mal den Ballon her. Gib mal den Ballon her. Und... Tschüss!